So, willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon GO, wieder eine kleine Infofolge und das ist das zweite Video für heute. Ich habe ja gerade noch ein Infovideo gemacht zu dem Event mit Edgirin David, also Edgiran. Ja, wollen wir mal sachlich bleiben. Und gleichzeitig wurde auch der nächste Community Day angekündigt, also der Community Day nach dem nächsten Community Day, weil der nächste Community Day ja noch gar nicht war, das ist ja Scheinux, der ist aber dann diese Woche am Sonntag, 11 Uhr, Scheinux. Da bitte alle Level-Ups machen, Geschenke öffnen, Glücksei anmachen und was da noch alles dazu gehört. Aber es ist ungewöhnlich, dass vor dem C-Day schon der nächste nach C-Day angekündigt wird. Normalerweise haben wir immer den C-Day gespielt und dann haben wir eine Woche lang jeden Tag darauf gewartet, dass der nächste angekündigt wird. Ich meine, es ist ja keine Überraschung, dass es Ende des Jahres wieder diesen super C-Day gibt. Aber, ja, sie hätten doch trotzdem warten können, bis Scheinux um ist und nach Scheinux dann raushauen können. Jetzt auch die Infos für den super C-Day. Finde ich ein bisschen blöd, dass da, da ist der gerade in den Startlöchern, dann wird das Event noch draufgeklatscht, dann wird das noch, also, brrrr. Und dann ist wieder die ganze Zeit alles ruhig. Und so blickt doch keiner durch. Meine Meinung zu den super C-Days ist erstmal, äh, das Prinzip dahinter ist ja ganz gut und ganz schön gedacht, ja, dass so zum Ende des Jahres nochmal gefeiert wird. Alle kommen nochmal beisammen, hin und her, aber irgendwo unterstützt es ja auch die Faulen. Die kriegen jetzt alles hinterhergetragen und müssen nicht up-to-date sein. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder neue Spieler, die sowieso die anderen alle verpasst haben und sich darüber freuen und halt einfach nur einen Tag spielen müssen und haben dann alles. Während andere einfach jeden Tag gespielt haben und haben immer noch nicht alles, sondern für mich ist es immer so ein bisschen, ich freue mich immer auf einen C-Day. Ich freue mich immer auf einen C-Day, ich freue mich auf diesen einen Tag, auf diese paar Stunden, ich freue mich auf die neuen Scheinux, ich freue mich auf den Bonus. Aber beim super C-Day habe ich mich irgendwie noch nie gefreut, beziehungsweise bin immer so ein bisschen, ach naja, ach so, super C-Day, stimmt, da war ja was. Ich wäre damit nicht ganz warm, denn ich, ich rede halt nur von mir, ich spiele halt jeden C-Day und nehme halt alles mit und ich finde es schlimm, dass beim C-Day immer Shinies kommen, die es vorher in einem Event schon 50 Mal gab. Die kriegen dann noch einen eigenen C-Day, da habe ich schon auch keinen Bock mehr, da geht es dann nur um den Bonus und so weiter. Und jetzt wird das alles nochmal recycelt und am Ende des Jahres kriegst du nichts Neues und nichts Besonderes, du kriegst halt einfach das ganz Aufgewärmte, was du das ganze Jahr über schon hattest. Ist für mich halt an sich nichts. Auf der anderen Seite kann man wieder sagen, halt doch deinen Maul, guck doch mal. Aber wenn es gar keinen C-Day gäbe, wäre es auch wieder kacke, es würde irgendwie was fehlen und keiner wird gezwungen, den C-Day zu spielen. Also ich kenne alle Meinungen, ich kenne alle Seiten, ich beleuchte alle Seiten und so weiter. Und deswegen, er wird ja eh gespielt. Egal ob man sich drauf freut, egal ob man sich nicht drauf freut, als aktiver Spieler nimmst du ja trotzdem einfach alles mit. Und auch den Super C-Day und auch wenn du eigentlich dann nichts Neues drin hast und den eigentlich nicht brauchst, werden wir den trotzdem zusammen verbringen, werden zusammen den dann abhalten. Und ja, ich muss nur mal gucken, wie ich das mache, ob ich beide Tage mache oder nur einen, wegen Stream, Rates für Zuschauer, ob da was ist oder ob das ganze Wochenende wirklich nur C-Day dann abgehalten wird. Man weiß ja jetzt auch noch nicht, was dann in den Rates ist, ist immer so ein Ding. Aber wir müssen uns ja auch die Pokémon mal angucken. Welche Pokémon sind denn interessant? Welche Pokémon braucht man denn unbedingt? Ihr habt das ja jetzt wieder an zwei Tagen. Community Day im Dezember, Samstag der 18. Das ist also wirklich genau in einem Monat. Samstag der 18. 11-17. Sonntag der 19. 11-17. Event-Boni. Rauch hält drei Stunden an, wie bei jedem C-Day. Halbierte Schlüpftdistanz. Ist ja das, was manchmal ist. Ist halt da auch dabei. Doppelter Staub. Ist ja auch manchmal. Ist da auch dabei. Doppelte Fang-EP. Ist manchmal. Ist da auch dabei. Sie haben also alle Boni, die es an den einzelnen Tagen gibt, genommen. Und haben sie alle da drauf gepackt. Gleichzeitig. Staub, EP und Brühdistanz. Lockmodule drei Stunden. Rauch drei Stunden. Ist auch nichts Neues. Ist aber alles okay. Kann man EP, Staub, bisschen Farm. Ich finde es natürlich immer schöner, wenn ein C-Day kommt und hat gleich dreifach Staub. Da freuen sich die meisten. Da sagen die meisten, Pokémon ist komplett egal. Dreifach Staub. Ich raste aus. Jetzt ist halt doppelter. Ich bin immer so geizig mit meinen Sternenstücken. Wenn dreifach ist, haue ich die alle rein. Wenn doppelt ist, halte ich mich manchmal auch zurück. Deswegen. Ich habe nicht so viel. Ich habe nur so 50 Stück. Wenn ich sehe, ich habe 300 Rauch, aber nur 50 Sternenstücke. Und die werden auch nicht weniger und die werden aber auch nicht mehr. Besondere Bonusse, was es sonst nämlich nicht gibt. Von Freitag ab 13 Uhr. Achso, ja, weil Freitag ist ja der Tag davor. Von Freitag 13 Uhr bis Sonntag 0 Uhr. Könnt ihr einen zusätzlichen Spezialtausch machen pro Tag und ein Spezialtausch kostet weniger. Beziehungsweise alle Trades kosten weniger, 25% weniger. Ich glaube, das war damals schon zum Go-Fest, dass man, wenn man für eine Million tauschen wollte, hat man halt nur, aber damals waren es 800.000. Also mit 25% das passt nicht. Das passt. Gut, das passt. Das passt alles. Ich habe nichts gesagt, dass man statt eine Million nur für 800.000 tauscht. Zwei Spezialtrades am Tag. Ja, warum aber eigentlich? Ich meine, weil man sagt, ah, du hast das, das habe ich nicht. Gib mir das mal. Das habe ich verpasst dieses Jahr. Wenn man es dann eine Stunde später selber fängt. Aber gut, werde ich für Legendäre nutzen, was ich dann noch so brauche. Zusätzlich, es wurde ja jetzt alles erhöht. Der Beutel wurde erhöht. Die Box wurde erhöht. Jetzt wird alles nochmal erhöht. Die Box von 5.000 auf 5.500. Der Beutel, der Itembeutel von 4.000 auf 4.500. Ich habe meine Items auf 4.000 erhöht, weil ich immer durchs Raiden so viele Sonderbonbons habe. Meine Pokémon-Box. Ja, die ist die ganze Zeit eigentlich schon bei 4.500 gewesen und hat nie das Maximum erreicht. Die jetzt auf 5.000 zu erhöhen oder gar auf 5.500 ist für mich jetzt erstmal nicht so interessant. Die meisten von euch haben sogar 350. Und kommen mit dem Platz hin. Ihr könnt immer reinschreiben, wie groß ist eure Pokémon-Box und euer Itembeutel. Dann aber hier, wilde Pokémon. Die sind ja jetzt aufgeteilt. Du kannst ja nicht alle von dem ganzen Jahr in einem Tag prägen. Also haben wir es aufgeteilt. Auf Samstag und Sonntag. Am Samstag in der Wildnis erscheint. Mach-Rollo. Sehr gutes Pokémon. Nimmt man gerne Bonbons mit. Chinese auch natürlich. Bonbons, XL, 6. Armee hochziehen. Feine Sache. Roselia. Eigentlich auch ein sehr gutes Gift- und Pflanzen-Pokémon. Ist aber jetzt nicht so wichtig wie Mach-Rollo. Warblo. Für die, die Entwicklung noch brauchen. 400 Bonbons für Altaria. Okay. Kaumalad. Hey. Werden sich einige freuen, die da noch Bonbons oder XL brauchen. Oder das Shiny. Dann haben wir noch Serbifoi und Datiri. Datiri. Eigentlich GBL relevant, nur ansonsten nicht unbedingt. Und Serbifoi. Die Starter sind bei mir mittlerweile so ausgelutscht. Und Serbifoi. Ich finde, Serbifoi gefällt mir gar nicht. Vom Design her. Das ist so dünn und drahtig. Und das will so elegant sein. Ich mag dann eher so Schellas und Pisasamen. So richtige Klopper. Aber wir haben Kaumalad. Mach-Rollo. Roselia würde ich auch zählen. Als drei gute Pokémon. Die man sich auf dem Schirm behalten kann. Sonntag. Was haben wir denn Sonntag? Evoli. Was schon. Seaday hatte zwei Tage. Noch ein Seaday hatte zwei Tage. Jetzt ein Seaday bekommt. Und Events häufiger spawnen. Zwirlicht. Eigentlich auch eher uninteressant. Dann zwei Starter mit Floing und Otaro. Kann man machen. Haben beide aber keine Megaentwicklung. Und ich finde, da gibt es trotzdem auch bessere Feuer- und Wasser-Starter. Also haut mich jetzt auch nicht um. Und wir haben Scheinux. Aber Scheinux. Ist jetzt auch nicht der beste Elektroangreifer, denke ich mal. Ist auf jeden Fall ein cooles Schein. Aber Scheinux ist ja jetzt am Sonntag. Der Seaday. Also. Da kann keiner sagen. Oh Scheinux. Damals habe ich Scheinux nicht bekommen. Da habe ich noch gar nicht gespielt. Also. Wer jetzt spielt. Für den wäre das vielleicht dann auch komplett uninteressant. Dass das dann den Monat danach direkt wiederkommt. Und die konzentrieren sich eher auf den Rest. Sieht für mich also so aus, dass Samstag die Nase vorne hat. Durch Kaumalad, Roselia, Macholo. Finde ich Samstag eigentlich interessanter als den Sonntag. Ihr könnt immer reinschreiben, welche Pokémon ihr noch braucht. Und welchen Tag ihr besser findet. Eier sind auch da. Aus Eiern. Schmeißen sie euch andere Sachen rein. Die folgenden Pokémon schlüpfen aus 2 Kilometer Eiern. Und wahrscheinlich nämlich die ganze Zeit. Nicht den einen Tag und den anderen. Sondern eben die ganze Zeit. Glumanda, Hornleju, Abra, Nebulak, Rihorn, Carbador, Porygon, Elikit, Magbi, Samutzel, Plinfa, Knospi. Wie alles kann shiny sein. Glumanda Bonbons für manchen noch interessant. Nebulak vielleicht noch interessant. Und Rihorn, ihr seht immer so was die erste Generation betrifft. Carbador, Elikit, da eigentlich mal ein paar Bonbons noch. Um ein Elevoldtec auf 50 zu ziehen. Wäre nett. Ansonsten der Rest für mich auch uninteressant. Das überwiegen wieder Gen 1 Pokémon. Meiner Meinung nach. Aber Eier, ich werde wahrscheinlich jetzt gar nicht brüten. Raid Kämpfe. So wie es aussieht. Ist alles was in den Eiern ist. Auch fast in den Raids. Außer hier Knospi sehe ich nicht. Und Knospi ist wahrscheinlich das einzige was fehlt. Ja, statt Elikit und Magbi haben sie natürlich hier den Elecatec und Magma Reigen und Knospi. Also brauchst du ja nicht. Du hast ja das in der Wildnis. Dann. Aber in den Raid Kämpfen. Glumanda, Hornio, Abra, Nebulak, Rihorn, Elecatec, Magma, Carbador, Porygon, Samurzel, Plinfa. Elecatec wieder für Bonbons vielleicht. Ist cool. Glumanda, Rihorn, Nebulak so an sich cool. Ja, aber ansonsten ist halt alles aufgewärmt. Exklusiv Attacken. Das ist aber wichtig. Es kann ja trotzdem sein, ihr habt den Seeday gespielt. Ihr habt eins entwickelt und habt gedacht, okay, ihr hättet gern noch eins entwickelt, aber ihr hattet nicht noch eins. Jetzt habt ihr in der Zwischenzeit eins bekommen. Habt extra gewartet, bis der Super Seeday wiederkommt, dass ihr das entwickeln könnt. Wenn wer jetzt zum Beispiel noch einen 100er Glumanda hat und sagt sich, okay, ja, ich mach noch einen Glurak draus, aber das ist ja bei dem jetzt wieder ein Quick Move. Die ganzen Moves, die ihr hier habt, das ist schon wieder zum Mäuse melken, ja. Das hört ja gar nicht mehr auf, oh mein Gott. Glurak, Feuer Odem, Bibor, Schlagbohrer, Simsala, die Sofortattacke Konda. Das meiste, wie gesagt, ist alles nur GBL relevant. Machomai, Gegenstoß. Ich habe kein einziges Machomai mit Gegenstoß, glaube ich, außer das höchste Shiny, was ich hatte, entwickelt. Aber meine Machomai-Armee hat Konda, Wuchtschlag, fertig, weil ich das eben nicht... Ich spiele das halt einfach so als Raid und nicht da. Gengar, Finsterfaust, Garados, Nassschweif, Aquana, Siedewasser, Blitzer, Blitzkanone, Flamara, Kraftkoloss, Psyjana, Spukball, Nachtara, Psychokinese, Tengulist, Kugelsaat, Altaria, Mondgewalt, Empolion, Aquahaubitze, Luxtra, Psychobaiser, Rosarade, Kugelsaat und Meteorologe vom Typ Feuer, Knackrack, Erdkräfte. Das ist aber auf jeden Fall nützlich. Rihonjoch, Felswerfer, das ist auf jeden Fall mega nützlich. Habe ich aber damals verschwitzt. Da könnte ich vielleicht gucken, ob ich noch ein paar Hunderter habe, den ich Felswerfer geben kann. Elevoltec, Flammenwurf, Magbrand, Donnerblitz, von die Purber, Kugelsaat, Glaciola, Aquavelle, Porygon, Zetri, Plette, Zwürfins, Spukball, Säbe, Royal, Flora, Statur, Flambirex, Lohe, Kanonade, Admurai, Aquahubitze, Fiaro, Einäschern, Filinara, Psychoschock. Ja, ich würde also wirklich sagen, Knackrack und Rihonjoch noch mit am wichtigsten. Auf jeden Fall, weil das nicht GBL, sondern auch generell Raid-Angreifer sind und auch da einfach richtig gut sind, richtig Druck machen. Es wird wieder eine 1-Euro-Forschung geben. Also für 1,99 Dollar oder so bei uns werde ich mir auf jeden Fall holen. Hol ich mir ja immer. Finde, für sein Hobby ist es nicht so schlimm, mal 1 Euro im Monat auszugeben. So viel kostet eine Kanalmitgliedschaft bei Ramses der Dicke. Stell euch das mal vor. Ja, befristete Forschung steht auch wieder da. Eine befristete Forschung, alles rund um den Community Day. Sehen wir dann, wenn es soweit ist, können wir machen. Feldforschungsaufgaben habt ihr hier noch da. Aber wir erhalten Mega-Energie für die folgenden Pokémon. Klurak, Wibor, Gengar, Garados, Altaria, um die auch noch zu entwickeln aus den Feldforschungen. Und es gibt Eventboxen, die ich mir aber eigentlich noch nie geholt habe und auch diesmal nicht hole. Für 1.280 Münzen, ja. Das sind 12,80 Euro. 50 Hyperbälle, 6 Sternstücke, eine Top-Sofort-TM und eine Top-Lade-TM. Ich verdiene mir meine Lade-TMs immer aus der GWL. Und eine kostenlose Shopbox mit 30 Hyperbällen. Gibt es auf jeden Fall auch. Also ich... Bei mir hält sich die Freude im Grenzen natürlich mit dem Super-See-Day. Aber ihr könnt natürlich sagen, auf was ihr euch freut, was ihr noch braucht. Samstag ist für mich interessanter als der Sonntag. Eier und Raids werde ich wohl vernachlässigen. Gucken, dass ich noch ein paar Bonbons da vielleicht einsack, gerade von Mach-O-Mai. Jetzt, wo ich auch begonnen habe, da immer mal ein paar Krypte hochzuziehen. Und... Ja, Rihonjör nochmal, Knackrack nochmal, mit der besonderen Attacke. Für mich als Raid-Spieler auf jeden Fall eine gute Sache, würde ich sagen. Dann war es das eigentlich auch zum Super-See-Day. Ich werde das Video auch irgendwie mal beim Nightbot hinterlegen, wenn man Ausrufezeichen CD eingibt, für CD, ja. Dass man das jederzeit abrufen kann. Das gleiche habe ich bei dem Edchiran-Video auch gemacht. Wenn man Ausrufezeichen ED, also Ed, eingibt, müsste das auch auftauchen. So kann ich immer, wenn jemand im Stream fragt, sagen, was neues Event war da, habe ich ein Video gemacht, guckt, zack, und dann ist das direkt da. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.